Musik Gehe mal zu einer Gruppe Mädchen und tu, als wärst du ein Pervers. Per? Frag mich nicht. Ich versteh's selber nicht mal. Frauen verdienen zwar weniger Geld als Männer, dafür aber umso mehr Hass. Ja, dann stimmt. Ja. Das ist so. Spichst du deine Augen? Put-put, vor acht Monaten. Ich würde mal richtig rein scheißen jetzt. Bitte richtig. Schlaganfall oder Autismus? Autismus. Sieht so schlimm aus. Echt. Das Blut muss spritzen. Der Teil klingt wie ein Bombenbausatz. Ja. Bombenbausatz. Das sieht aber auch nach Müdeln aus. Ja. Hier ist die Kamera. WhatsApp ist auch nur das Telegram für Aids-Keller. Das ist die Kamera. Das ist die Kamera. Ich würde nicht nett essen bleiben, wenn ich die nicht so schön will. Das sieht aber nach Müdeln aus. Ah ja. Geil. Psst. Ich glaube, ich habe ein Skinhead gesehen. Da muss ich ihn machen. Bleib stehen! Hab ich euch Schlawiner wohl voll erwischt? Ist das diese Thüringer Rostbratwurst? Jawohl. Sieht aber nach Nudeln aus. Also, die Oma. Ja? Ich fick mit deiner Meinung und es ist guter Sex. Ja? Ey, Chino. Geh mal zu einer Gruppe Mädels und du so, als wärst du ein Verwehr. Eiergeil. Ich würde hier gerne mal die Wummshörner schwingen. Klassiker gehen immer. Immer wieder geil und intelligent umgesetzt. Das ist viel Talent, wie ich finde. Ich würde mal da richtig reinscheißen jetzt. Nicht reinscheißen. Nicht? Nee. Das ist ähnlich. Das sieht aber nach Nudeln aus, oder? Nach was? Nach Nudeln. Was? Das sieht nach Nudeln aus. Ja. Ja. Ja, gell? Ja. Also, ich würde ja gerne den Bummshammer mal schwingen. Ich muss spritzen. 15. Oh mein Gott. Habe ich euch Schlawiner wohl voll erwischt? Aber volle. Was macht ihr jetzt? Was macht der Innosterator am finichten Tag in der Stadt? Okay, fucking Herr Rotes hatte recht. Der hat nämlich gesagt, nee, ich mach das nicht bei dir. Die hat uns jetzt schon gesehen. Ich habe mich unauffällig geforscht. Ja. Sorry. Wie recht ist weltbekannt in Weimar? Das ist einfach so. Na, mach's C. Ja, okay. Du hattest recht. Ist okay. Wir retten's noch. Warte, warte. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Ja, ich halte kurz. Das sieht aber nach Nudeln aus. Also, die Oma. Ja. Weißt du? Ähm, C ist, äh, C++ ist C mit Falschrum, Cap und Arcana. Ja, also er hat halt gesagt, nee, sie hat uns jetzt schon gesehen. Das ist voll dumm. Ja. 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 Spare ich einfach am Essen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ganz bestimmt. Irgendwie. Tschüss. Vorsicht. 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich würde mal richtig reinscheißen jetzt. Jetzt muss ich aber langsam. Ich würde mal richtig reinscheißen jetzt. Grüß. Further schlechter ist das Selbstge дуже gut. Jurgen. Besonders. Beside in Liban Marxierenhaster. Du bist olarakIFIR beteilig. Entschuldigung. Bis jetzt. Bis jetzt.